Oh geil, der hat mich nicht gesehen. Was wollen wir eigentlich mit dem Moseley Cobblestone machen? Oh, ich seh... Gar nicht. Ja, jetzt hatten wir bei den beiden Typen gefunden. Falls ihr euch fragt, wo der Scheiß herkommt. Was wir mitmachen wollen. Lass mal erst mal pennen gehen. Hey, Hühner, sei mal da leiser oben. Es gibt zum Frühstück gekochte Eier. Zweideutig. Und nur der Creeper. Ich wollte eben noch sagen und nicht vor mir. Timo, jetzt hast du den Creeper dahin getrieben. Zu unserem Haus, links. Getrieben? Ja, jetzt komm schlafen. Ich will den jetzt noch own. Nein, der macht unser Haus kaputt. Nacht. Jetzt kommt meine Weisheit. Ah! Ich fühl mich beobachtet. Ey, der verfolgt dich. Geh krank! Du musst ihn da ins Wasser reinbringen. Dann kann er keinen Schaden anrichten. Außer an dir natürlich. Aber Dachschaden hast du eh schon, also was bringt's. Ah! Schnell rein! Oh, der explodiert schon nicht! Hallo? Ha! Ohne! Wie gut, dass ich einen Bogen dabei hab. Ich geh kurz farmen, ne? Was farmen? Einmal die Eier farmen. Hey, da liegt sogar eins. Wo hast du die hier reingepackt, die Eier? Äh, unter I. Wie Inventar. Also ich hab sie noch in meinem Inventar. Ah. Ich glaube, wir haben ein schwarzes Schaf in der Familie. Noch ein zweites Ei. Jetzt hab ich zwei Eier. So schlecht wird das aber gar nicht mal aussehen, wenn ich das von dir aus betrachte. Äh, Timo, kannst du dich mal schnell zu mir TP'n? Why? You are quite. Houston, wir haben ein Problem. What? Komm mal zu mir. TP dich mal zu mir. Ja, warum erzählst du's einfach nicht? Weil ich will, dass du und die Zuschauer das sehen. digits. Jaja. Jaja. Ist doch gut. Ingzegfarm! Sackenfarmen! Ich war ein bisschen witzig, wir kommen da nicht in die zweiten rein. Auf der anderen Seite sind gar kein. Ähm. Getreide! Ey, ich kann nichts mehr aufnehmen. Tja, nein. Achso, nein. Achso, nein. muss ich leider das ganze getreide dahin werfen ja ich wollte mir das schon keine angst das getreide hey mach wenigstens die samen wieder hin du hey holzkorb ich habe keine samen die habe ich da hingeworfen ja hab ich schon bemerkt die gehen immer einen bereich tiefer oder was hä wo sind denn jetzt alle die hühner hier sind nur vier wo ist das fünfte das ist doch im untersten stockwerk also einen darunter im thronraum äh thronraum sag ich schon im jährdingsraum was bbio vergessen wie der raum heißt bbio zielg ist könnte ah ofenraum sind zwei aber nur zwei sind in ofenraum lol wer hat wer hat das hühnchen gekillt ich nicht so leicht gestorben wie kann ein hühnchen hier sterben weiß ich nicht runtergefallen oder so ich habe nur eine hühnerbrust gefunden allein schon du hast nur die brust gefunden nupfer um in der kreis vom monstern und das hier alter naa ich habe das hühnchen gar nicht gesehen es möchte verkauft werden da steht da steht bei ein schild bei welchem schild ähm warte ey nein hä wo ist das wir packen die bach die eier bei tierisches rein das ingsec gedöns packe ich da auch mit rein genau wie die federn die vier eier hast du dabei 3 er praktisch warum habe ich einen dreckblock ich will nicht dürfen wir da um der lüge jetzt haben wir schon sechs eier ähm, kommst du mal ach ne ähm kannst du mal einen Stack Dreck mir irgendwie haben wir einen Stack Dreck da und ich frage mich, wo ich eine Blume her habe und zwei Rotten Flashes und einmal Gunn-Pulver das Gunn-Pulver und Rotten Flashes hab ich dir gegeben ah, und warum liegt da Raw Beef und da pflanzliches dreimal ist es dreimal nein, siebenmal achso, ja, das war ich ja, erst meinst du, dass die Pilze unterpflanzliches sollen jetzt packst du die unter Nahrung rein ja, das ist ja auch Dings jetzt das ist ja auch Fertiges, das ist ja Sub nein, die Sub meine ich gar nicht, die Pilze ja, ich verwirre mich selbst er wird hier so einen hässlichen Opa-Baum gepflanzt was für ein Baum ein Opa-Baum, immer nur wo? hier bei uns an Dings ja, das ist jetzt weiter, wo Dings ähm, gedönster nein, nein, ich mein ja, Satz angefangen aber nicht zu Ende bringt meine Taktik natürlich beim Dings ey, mir fällt jetzt nicht das Wort ein beim Bauernhaus ah, danke ja, wahrscheinlich du ich weiß nämlich nicht naja, jetzt bin ich ja schuld bist du auch bist du immer schuld wie, wie groß soll denn das Bauernhaus werden? ja, jetzt bist du überfragt äh, wat? wie groß soll das Bauernhaus werden? groß groß ne, hey, ich nicht gedacht ich auch nicht wie groß so groß wie's geht so groß wie's geht also so, so viel Holz hab ich nicht nein, das ist nur normal ich hab ein Hütchen gefunden jetzt sind sie beide sogar in einem so witzig aus los, geht beide schön da rein nein, nicht raus egal oh, ich hab schon wieder Hunger wie gut, dass ich mir gerade Brot gecraftet hab so, einmal nach oben dann unterpflanzliches das reinpacken ach, ich hab noch ein Glas gefunden ne, in einem der Öfen ja, und? ja, wollte ich nur so sagen ähm das kam bei sonstiges rein so boah bauen ist nicht mein Ding boah kannst du gut bauen? es geht gut, ich hab ne Aufgabe für dich was denn? bau allein schon was willst du denn? was soll ich bauen? ja, hast den Boden hier aus Holz aus Holz? ja, das krieg ich irgendwie hin hast du Singleplayer-Kommandos? dann geht's leichter hehehe vor allem im Multiplayer-Single-Player-Kommandos na ne, im Multiplayer-Kommandos entschuldigt du ja, sowas gibt's auch nicht es gibt höchstens World Edit and World Guard hast du keine Wolle mehr oder warum lässt du die da so frei? ja, zufällig hab ich keine Wolle mehr ah ist ja mal wieder du kannst ja mal Wolle suchen gehen und du kannst mir meine Tür mitbringen von Edeka kauf mal ne Tür doch immer ich hehehe los, Vibe was machst du hier? Setzlinge pflanzen hehehe aber doch nicht warum platz mir hier drinnen Setzlinge? hehehe hör mal auf mit dem Scheiß mach was Gutes mach ich doch ich geh zu Edeka das heißt Minecraft hier Edeka Crafty Car Crafty Car einmal hin, Scheiße drin ne, Dirt drin einmal drin, Eckiges drin oder so hier nicht einmal hin, Eckiges drin so, einmal unter Holz gucken ne, unter Türen hätte ich geguckt ich dachte die wollten wir unter Holz lagern nein, unter Türen warum haben wir ne extra für Türen? das hast du schon mal gefragt ja, ich frag mich das immer noch soll ich gleich ne Presser Plate mitbringen? ok, mach ich wie viele Türen kannst du mitbringen? so, zwei Cuesa Plates kannst du mitbringen und wie viele Türen? zwei weißt du was? nö dein Hemd ist nass nö, ich hab Hunger nö, ich hab Hunger was dagegen ich dafür na, ich lass es jetzt mal so stehen geback und äh Part beenden nein, bleib's bleib's dort stehen ich muss dir noch was überreichen so, Feierlichkeit des Tages Goldene Dirt Medaille oder was? für den dreckigsten Typ der Stadt oder was? was wird mir jetzt gehen? bleib stehen bleib steh hin, hallo steh geblieben bleib doch eigentlich stehen wieso gehst du in den Keller? Lüge Lüge hä? muss ich jetzt nicht verstehen such mich doch, such mich doch ich finde dich bestimmt zuerst, okay? ja, du TP's dich zu mir, du Spass haha, gewonnen ja, du TP's dich auch zu mir jetzt lass nämlich dir deine Preise überreichen zur Feierlichkeit des Tages ne, ich geh ernten hab ich eben doch schon, das geht nicht mehr ach so, Eier meinst du ja, da liegt noch eins oh, was machen die Hühnchen da drin? keine Ahnung hey, ein Ei die waren bei mir auch da drin wahrscheinlich Eier machen, ne? so hier liegt keine mehr rum jetzt bleibt eigentlich stehen ich steh genau hinter dir ach so, ja so, jetzt komm erst mal schlafen ja ja ich muss mich nur kurz in den Graben rufen jetzt mach hin eigentlich könnte ich aus diesem Part auch zwei Parts machen oder nicht Mann ist das eine gute Idee von mir hör auf mir Türen zuzuwerfen du willst sie doch haben zwei Türen und ich wollte nicht vier egal, behalt sie okay ist ja auch voll realistisch ich werfe in Schlaf auch immer ne Tür auf dich kannst du damit jeden mal aufhören? behalte die dämlichen Türen du wolltest die Türen haben ich hab gesagt zwei egal, behalte sie trotzdem ich lese erstmal ne Runde, okay? bis du fertig bist fertig so, Pweza Plates brauche ich denn zwei 1, 2, 3, 4 Hühnchen ich geh Hühnchen farm Farmen? willst du es kaputt hauen? nö wer hat das gesagt? ich hab nur gesagt, dass ich Hühnchen farmen werde es gibt kein Ei es geht doch mal nach unten achso, du willst nach oben es gibt auch kein Ei sehr witzig ich hab dich gesehen, du jaal, immer glas mit dieser Stimme ist es so witzig wer denkst du eigentlich wer du bist? Hä? hä? rhä America ual, coger, coger kuckst du Ohohohohohohohohohh roll gib dir noch du hühnchen schnauf nid Hahaha, sehr lustig, sehr lustig. Aber selber, ne? Ein Gewalt, ein Gewalt, lustig. Hahaha, sehr lustig, sehr lustig. So, und das ist ein passender Augenblick, um diesen Part zu bänden, nicht wahr? Ja, genau. Ja, dann können wir gleich die nächsten aufnehmen. Naja. Tschüss. Tschüssi.